Doc klang so aufgeregt am Telefon. Frag mich, was los ist. Also Triple J, früher dachte ich, dass Sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, Sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Das war's. ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin du bist die typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen das dann mal los mj ich bin am ersten ort auf deiner liste und rate mal was ich gefunden habe die kandidatin hat 100 punkte du kannst rausfinden was die vorhaben und ich stelle mich mal vor also da ja man die 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 Gute Nacht! Schlafschön. 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 Wer ist da? Hat mich überrascht was? Das ist mein Geist, mein Geist! Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen... Gehen! Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Demo. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Ihr seht sauer aus, Jungs. Ich gebe es zu, ich habe meine guten Jogs für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Das ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Ich gebe es zu, ich habe meine Kumpel. Kommt nur her, Leute. Ich hab jede Menge Netze für euch alle. Ich hab jede Menge Netze für euch alle. M.J., ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Aber denk an ein Souvenir für mich. Ich hab jede Menge Netze für euch alle. Das ist gut. Was ist das? Tränen Sie, erinnert er! Gehen Sie! Sie haben ihn mit ihm geholfen. Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen... Peter, da werden angeblich souvenirste Leben in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als andenken. Drogen! Demol. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffskontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Ihr seht sauer aus, Jungs. Ich gebe es zu, ich habe meine guten Jogs für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Das ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Das ist, als würde die Bedeutung sein. L.E.R.D. Geen! Kommt nur her, Leute! Ich hab jede Menge Netze für euch alle! Du bist ein Eimer! Du bist ein Eimer! Du bist ein Eimer! rồi! Das ist ein Eimer! Ja, das ist... MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Aber denk an ein Souvenir für mich. Gefecht gesetzt. Klugen Zuhörern muss ich nicht sagen, dass der Kult, die Gang, die Terrororganisation der Dämonen, alles davon trifft zu, außer Kontrolle ist. Ich spreche jetzt mit einem Überlebenden eines Angriffs. Erzählen Sie. Ich war bei mir zu Hause, als wir hörten, dass Dämonen Bomben auf dem Dach lebten. Wir mussten evakuieren. Aber dann wollten wir uns dabei auch noch Scharfschützen ermorden, wenn wir versuchen zu fliehen. Abscheulich. Zum Glück haben die Polizei und das Bombenkommando die Situation unter Kontrolle gebracht. Und Spider-Man, er... Jared, bände den Anruf. Schwer zu verstehen, wenn wir beide gleichzeitig reden. Klarer Fall von Traumatisierung durch ein schreckliches Erlebnis. Hilfe bei PTBS finden Sie auf unserer Website. Eine weitere öffentliche Dienstleistung von J. Jonah Jameson.